Spiel anhalten und fortsetzen. Manchmal bringt's was, meistens nicht. Also, völlig nutzlos. Na komm, jetzt fahr da rein! Was war das auf die Reparaturplattform? Hab ich mich schon über den blauen Strahl gewundert? Hm, warum sieht da die Mini-Karte gleich wieder anders aus? Und was genau muss ich jetzt machen? Alles kaputt, oder wie? Hab ich zumindest so verstanden. Mach alles kaputt! Nimm die größte Rakete und spring sie in die Luft. Hm. Ja, Feind besiegen. Okay, klingt einfach. Gott, wär die Mission jetzt wieder höllenschwer, weil ich einfach gesagt hab, oh, geil. Er kann nicht schaden, davon was mitzunehmen und davon reichlich. Reichlich. Reichlich und vor allem viel. Und davon auch noch reichlich. Okay, ich baue... Was baue ich jetzt diesmal zuerst? Ich glaub, der feind mich wieder mit Lufteinheiten an. Wahrscheinlich. Okay, bauen wir da mal ein wenig eine Mäuerle. Und direkt dahinter ist jetzt so die Luftabwehr. Wenn ich sie denn finde. Ja. So machen wir das. Dann wird das gut. Aber mehr auf einmal kann ich ihnen nicht befehlen. Na, geil. Gibt's da auch noch ein Limit? Hey, 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 wer denkt sich denn so ein Scheiß aus? So, Commander, wir fahren jetzt... Wie viel Erfahrung hast du überhaupt? 872. Wie viel brauche ich für die höchste Stufe? Eine Million. Ja, du wirst sie nie erreichen. Kannst du sowas von vergessen, dass du die jemals erreichst. Neun Transporter hab ich losgeschickt, ja. Herrlich, ich hab diesmal daran gedacht, einen neuen Transporter loszuschicken, ja. So langsam bin ich... Der KI geistig weit überlegen. Auf meiner gandischen, strategischen... Feindliche Bades entdeckt. Was hab ich eben gesagt? Und warum baut ihr alle an verschiedenen... Warum baut ihr nicht gemeinsam? Weil wir uns nicht ausstehen können. Das ist ein dummes Arschloch, der mit meiner Frau geschlafen hat. Und was... Wo ist der Rest meiner Einheiten? Sie werden überall noch nicht da, wo sie hinschicken. Geil ist das denn? Merkt mal ein paar Gebäude in die Luft, haben wieder was dort. Was war das eben für rotes Blinken leuchten, hä? Oh, das sind schon die ersten Einheiten. Konstruktion abgeschlossen. Geil. Heile Scheiße, fahrt sofort alle zurück, komm. Oh. Vielleicht schon die Hälfte bei einer Einheit. Was heißt die Hälfte? Doch, ja. Zwo, vier, fünf, sechs, sieben... Konstruktion abgeschlossen. Okay, die Hälfte ist es nicht ganz, aber... Zu viele davon. Ich hab keine Basisverteidigung. Wie geil. Wie geil, wie geil, wie geil. Ähm... Wer kennt das? Ja, das ist Cartman. Äh... Was ist da oben überhaupt noch? Ja, genau, sterbt. Miesen Mistfixer. Fahrt zur Hölle. Konstruktion abgeschlossen. Ah, komm. Konstruktion abgeschlossen. Warte mal, der Nuf. Oh. Feinde. Wieso überrascht mich das jetzt überhaupt nicht? Was zur... Hm... Mein Commander wollen sich wieder töten. Ja, ihr Mistkerle. Der ist weit befördert, ne? Konstruktion abgeschlossen. Warum fährt da Ilkaviro? Was haben die vor? Die haben irgendwas Linkes vor, aber so richtig. Oh, besser wegen Verteidigung auf. Und wo soll ich die Reparaturplattform hinstellen? Oh, komm. Sicherheitshalber baue ich nur wegen Nachschub. Kann nicht schaden. Verstärkungen sind eingetroffen. Einwandfrei. Einwandfrei. Genau, was ich brauche. Verstärkungen. So, was habe ich dem jetzt alles zugewiesen? 15. Also 5. Naja, dann muss ich wohl noch... Ja, muss ich noch einen Commander mitnehmen? Ist kein Problem. Wir haben ihn auch wieder hier. Ein Punkbuster. Ich sag dauernd Punkbuster, ne? Das werde ich mir wahrscheinlich nie wieder abgewöhnen, ne? Nö. Oh, ja. Ja, so wieder. Diese scheiß nervigen Insekten, ne? So... Power Rangers Action Figuren, da... Die sind einfach durchlaufen. Mal einhalten, schießen. Voll daneben. Konstruktion abgeschlossen. Wozu habe ich euch ewig dem guten Commander zugewiesen? Bob, reparier das Ding da mal. Habe ich was verloren? Nein. Nein! Oh. Überrascht mich. So, jetzt Reparaturplattform. Reparat... Reparat... ...und... ...zong. Obwohl doch, ich kann so ein, zwei Stück bauen. Okay, ist jetzt ein bisschen suboptimal, aber... War es jemals anders? Ich glaube nicht. Habe ich jemals irgendwie sinnvolle Basen gebaut, die irgendwie... ...halbwegs im taktischen Anspruch hatten? Kann mich nicht erinnern. So, komm. Werd fertig. Und... Oh, seines Butterbrom. Na also. So. Jetzt alle einmal zurück zur Reparatur. Oh Gott! Ich seh das Chaos kommen. Ich mein, es muss hier jetzt ein Chaos geben. Es geht gar nicht anders. Die werden sich da alle jetzt schon neigkeilen. Wenn ich das für so zwei, drei Gruppen... Oh Gott. Oh... Scheinde. Ja. Komm. Konstruktion abgeschlossen. Ihr fahrt doch mal besser weg. Ihr blockiert nur alles. So, hier wird mal... ...zugebaut. Komm. Ach. 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 Ich bin ein Pirat. Ich komme jetzt da drauf. Oh, blockt doch noch mehr. Komm. Konstruktion abgeschlossen. Oh. Schwierig, schwierig, schwierig. Ok. Ähm. Typ "...reparier den..." Den da. Den da. Komm. Ach-aah, der stimmt nicht heran. Po ... Jetzt aber. Ja. Na Gott sei Dank. So. Jetzt muss ich nur wieder rauskommen. Oh-hoh-hoh-hoh-hoh-hoh-hoh-hoh-hoh-hoh-hoh-hoh-hoh-hoh-hoh-hoh-hoh-hoh-hoh-hoh! So, jetzt bauen wir nach vorne noch ein bisschen hier. Ab... Nein. Falsch. Verdammt. Moment. Habe ich nicht vielleicht... Tankkiller was? Nein. Nein, ich kann nur Lancer-Aufhängungen bauen. Tankkiller... Warum kann ich noch keine Tankkiller bauen? Warum? Weil du das noch nicht darfst. Das darfst du das in der nächsten Mission. Nein, wenn du es nicht bebrauchst, dann darfst du das. Egal, Schickler was, wir brauchen... Wir brauchen ein Laster voll mit... Ein Laster, ja genau. Ein fliegender Laster? Wer hat nicht ein Daheimstehen? Oder zwei, drei? Nein. Ist ja jetzt nichts sonderlich beeindruckendes, ein fliegender Laster. Ich meine... Das gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Ich meine, das erste Mal aufgetaucht, 1960, in einem schlechten Hollywood-Film. Der fliegende Laster. Gefahr von oben. Jetzt auch in ihr im Kino. Äh... Gott laber, ich heute einen Mist. Das gibt's da. Internetentzug. Oh, das ist... Wenn ihr kein Internet habt, dann wird das total komisch im Kopf und rabe. Nur noch so da ein Mist, den kein Schwein interessiert. Zum Beispiel, dass ihr kein Internet habt, was niemanden interessieren wird und... Ich baue keine Hoover-Kraft, die brauche ich nicht. Oh, das heißt also, ich muss die da hinten durchquetschen. Oh, das heißt also, ich muss die da hinten durchquetschen. Okay, fahr jetzt an... Konstruktion abgeschlossen. Ich kann nicht mal Artillerie bauen. Ich hab keinen Platz für Artillerie. Ja, wenn ich da mal Einheiten hinstelle, dann weiß ich, was passiert. Na gut, mach mal erst mal... Erst mal so ein paar Einheiten platt. Und warum stellen die dann LKW hin? Das ist doch eine Falle. Ha, wir werden ihn mit dem LKW so verwehren, dass er nicht weiß, was er tut. Und dann ihn vernichten tun wir das, ja. Und warum hast du schon wieder niedrige Frames? Was ist das? Wenn man die Aufnahmen unterbrechen, wie er starten bringt, auch nichts. Ach, mir egal, ich spiele jetzt weiter. Ich muss mir die Videos nicht anschauen, na. Ist euer Problem. Tötet sie alle. Oh nein, block da nicht. Lasst mich vorbei. Oh, komm. Geil. Ich weiß, wo ich Verteidigungsplattformen hinbauen muss. Da hüben. Verteidigungsplattformen, ja genau. Ich baue keine Reperturplattform mehr. Ich baue Verteidigungsplattformen. Und ich habe in der letzten Welt vergessen, sie wieder zu verkaufen, was mir Geld gebracht hätte. Weil ich, was ich zwar wahrscheinlich nicht brauchen werde, aber egal. Hopp, fahr da rüber. Alle mal hier rüber da. Mit Platz gleich machen. Fahrt da her. Feindliche Basis entdecken. Uiuiuiuiuiuiui. Boah, ho, fuck off. Habt ihr das jetzt endlich mal da rüber geschafft, oder wie sieht's aus? Nein. Och, mobbt halt nicht zu euch. Ich hasse euch. Seid Abschaum. Ich krieg's ja nicht mehr da raus, ne. Oh, jetzt komm, fahrt da halt raus. Oh, jetzt wird das Ganze noch lustiger. Weil ich hier noch mehr Einheiten dazubekommen. Ah, komm, lass mich vollladen. Lass mich laden. Also das, 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 das. Vielleicht nach irgendeinem Prinzip. Nein. Den nehmen wir sicher selber auch noch mit, weil ich keine Ahnung habe, wie viel Einheiten ich doch zuweisen kann. Und das ist mal ein nicht so toller Commander. Okay, dann kann ich dich mal einem tollen Commander zuweisen, wenn ich ne find. Und ich finde ihn. Yeah. Und warum stehst du immer noch da unten? Hättest du mal die Güte da rauf? Ach, fick dich. Dann verreckst du ihn mir doch scheißegal. Dummes Arschloch, dummes. Wie spät ist überhaupt? Sagt die Uhr. Die Uhr sagt Elfe. Oh, mein Vater, ey. Hei, 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 hei. Das nervt mich mit irgendwelchen Klösterungen, die er gemacht hat. Oder für Meuchen noch und was weiß ich. Macht's Panzer platt, komm. Macht's platt. Durch morgen können wir nicht durchschießen, aber durch Böden, ne? Durch massiven Felsen. Da wühlen sie unsere Racken durch. Die haben Bock auf oben dran. Und dann... Und die Hälfte meiner Einheiten blockt sich gleich wieder da unten, weil sie noch alle da unten stehen und nicht rüberkommen. Ich rast nochmal aus, ey. Anscheinend sind alle mal rausfahren. Nein, da bleiben sie echt stehen bis zum... Geht nicht mehr. Oh, ich muss die alle da riechglatt machen. Oh, komm. Weiter jetzt. Was ist das? Sieht merkwürdig aus. Macht die Verteilungseinheiten platt. Einheiten, ja genau. Das sind keine Türme, das sind Einheiten, die fahren. Die können fahren, das sieht man auch. Die tun das so auf... Auf... Behindert. Als ob sie einen Rollstuhl wirklich bräuchten. So, jetzt fährt gleich der Commander weg und das Chaos ist perfekt. Ja. Oh, noch einer. Fickt euch. Speichern. Oh, bündelt halt eure Feuerkraft. Dann schießt ihr alle irgendwo hin. Na, komm. Schießt halt. Schießen. Oh, Mann. Mann, 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 Mann. Kein Wunder, ey. Das alles so lang dauert. So langsam wie die nachladen, das ist ja nicht schön. Nächstes Mal baue ich nur im Gs oder so. Ich hoffe, die schießen aus der Weise sonst rastet ich aus, ja. Kommt definitiv von da hinten. Und meine Einheiten sind auch so viel und zahlreich. Oh, scheiß doch die Wand an. So nah am Ziel und doch... Was soll ich dazu noch sagen? Was? Dazu fällt mir einfach nichts mehr ein. Hopp, raus da jetzt. Aber mal alle hier. Und ich muss mal das Licht anmachen, wenn ich hinkomme. Obwohl, ich hab da doch hier so... Ich brauche Licht. Das ist spät. Komm, geh an. Nein, ist so. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott.